Wir haben sicher ein paar Gebiete bekommen, also eingenommen. Welches ist das? Hä? Starten wir echt mit so vielen Gebieten? Warte, wahrscheinlich der hier, also ein Teil von diesem hier, da drüben, und haben eingenommen. Alles klar. So, äh, was ist das? Ja, mein König. Nicht mehr viel. Okay. Aha, die noch angreifen. Hä? LOL, die nehmen das Lösegeld über. Wir haben nichts besseres als den Tod verdient. Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten. Edle Feind, ihr solltet uns fürchten. Ihr Schicksal ist versiegelt. Oh, alles klar. Wir sind versiegt. Ein überwältigender Sieg, das lehrt sie das Fürchten. Ihr Untergang ist nah. Wir haben ihre Länder erobert. Reparieren. Also das ist wirklich gemein. Da gab es einen Hafen. Haben wir den komplett zerstört, oder wie? Hä? Verstehe ich nicht. Wir hatten doch einen Hafen. Hm. Ja, machen wir den Kaufmann hier. Und hier machen wir den Hafen auch. So. Und jetzt. Ah, das ist alles hier nur von dem abhängen, oder wie? Das waren Rebellen, oder? Ja, wir müssen jetzt nicht schauen. Wer ist mein Ziel? Das ist keine Alternative, mein Herr. Morgen reise ich weiter. Das 3 Kommando. Wir müssen wieder die Fortschrittlichsten. Okay. Kyoto. Ähm. In Kyoto bauen wir. Das ist dem ist so schwer auszuwählen, finde ich. Farmgemeinschaften. Und den Edo. Ja, mein Verbund bringt Zephyrge in den. Hangzhou. So. Fruchtfolge. Und Hang-Zhu. Hang-Zhu, ja. Oder Hang-Zhu. Ähm, haben wir nach. So. Krieg, Krieg, immer Krieg. Aha. Gut. Segel setzen. Ähm. Ah, ja, okay. Wacht. Jetzt machen wir hier weiter. Ein paar Blockaden. Die Spion geht hier hin. Sieht sehr viel hier. Oh, ja. Wessen Zeit ist abgelaufen? Ja, dann sehen wir mal schauen, ob er hier eine Siedlung findet. Jetzt müssen wir halt warten, bis wir den hier runtergetan haben. Ähm. Ähm. Ja, haben wir hier eigentlich noch... ...agenten irgendwo drin. ... 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 Da haben wir alles. Jetzt die Rekrutierung. Immer noch keine. Ich hab doch ausgebetet. Ich kann die Siedlung nicht auswählen. Euer Wille geschehe. Eure Befehle? Vergesst die Höflichkeit, Männer. Wir zeigen keine Gnade. Sie haben nichts besseres als den Tod verdient. Sie nehmen immer das Ösegeld. Eure Feinde liegen tot im Staub, mein König. So schlechte Truppen. Die haben zu viel Geld. Die bekommen irgendwie vom Spiel hingeschissen. Ja, der Hafen wird wie befohlen blockiert, mein König. Hier kann man das auch gut spielen. Mein König? Wie ihr wünscht. Ja, mein König. Also hier ist ein Dorf. Das ist irgendwo in der Nähe eine Siedlung sein. Großer Häuptling. Ähm, ich habe ja hier... Ich versteh das nicht. Ah, wahrscheinlich wegen der Ausbildung. Okay. Wir sind schon ein riesenreich. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Wir sind erst in der Runde 23 und haben schon so ein gigantisches Reich. Das ist dadurch, dass wir so große Gebiete ringsum um die Städte haben. Wessen Zeit ist abgelaufen? Aha. Wie ihr wünscht. Wer oder was beleidigt euch, mein König? Okay. Ja, mein König. Von denen geht keine Gefahr aus. Dann konzentriere ich mich eher auf die Ming Dynasty. So, so. Ähm. Kornmarkt. Der gibt's. Hä? Der hat noch gar keinen Markt. Okay. Gute Stadt. Ja. Jetzt haben wir die Kaufmänner. Du gehst. Zu euren Diensten. Toll. Hier gibt's gar keine Reichen. Der andere geht zu den... zu der Seite. Und du gehst hier zum Gold. Morgen setze ich meine Reise fort. Ja, mein König. Oh, 2014. Ja, ich werde mit dieser Ressource handeln. Sehr schön. Ähm. Ja. Da hier unten keine Ming Dynasty mehr ist, machen wir hier mal die Überfahrt und suchen die Siedlung hier unten. Zu euren Diensten. Okay. Ja, wir haben leider jetzt nicht so viel zu tun. Machen wir halt weiter. Mal kurz. Ähm. Speichern. So. Also die nächste Runde. Ja, wir haben wieder den Hafen. Gilde verfügbar. Gibt es Gilde. Hm. Okay. Ja, mein König. Bin unterwegs. Ich bin fertig für heute, mein Herr. Morgen setze ich meine Reise fort. Der hat das Ziel erreicht. Okay. Benötigt ihr einen Weg? Ja, Herr Meister. Ich schlage hier mein Lager auf, Meister. Großer Häuptling. Nein. Die haben ein großes Boot. Mein Herr. Ja. Benötigt ihr einen Weg? Ja. Hä? Wo ist die Stadt hier? Ah, die war doch irgendwo hier. Ist einfach nicht zu sehen. Wie ihr wünscht, Kapitän. Segel setzen. Heute können wir nicht weiter segeln. Mein König. Bin auf dem Weg. Wessen Zeit ist abgelaufen. Ein Ziel, bitte. Das ist alles, was ich brauche. Ja, mein König. So. Ähm. Ja. Du musst halt hier noch ein bisschen ausspionieren. Du kannst mit 45% an ausspionieren. Dafür bekommst du Erfahrung. Okay. Mein König. Jo. Das ist wieder das Wort schädigte. Ja, ja. Ich kacke feiere. Er schafft. Und mach hier. Ja. Wir müssen hier. Äh. Was haben wir hier? Dann machen wir hier natürlich die Starkart zuerst. Und hier, ähm. Ja. Ja. Ganz klar Übungsplatz. Wie Peking klein ist. Was für eine Mostrumshalle. Ja. Wir müssen jetzt mal aufstocken. So. Und hier. Stube. Ähm. Können wir jetzt hoch. Ja. Machen wir auf normal. Und den Yang Ying. Und den Händler Kai. Nein. Wird doch gut, oder? Schiffsbau ist nicht zu Schiffen bauen. Ähm. Ja. Gut. Gut. Ähm. Jetzt. Wessen Zeit ist abgelaufen? Jetzt könnten wir die Truppen hier. Runter. Mein König. Wie lautet euer Befehl? Mein König. Eure Befehle? Mein König. Mein König. Ja. Mein König. Mein König. Lasse die Truppen ausruhen. Vergesst die Höflichkeit Männer. Wir tragen keine Gnade. Aber das machen wir das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und. Ja. Wenn ihr Wünsche habt, was ich als nächstes angreifen soll. Oder. Was ich nächstes tun soll. Und so. Dann dürft ihr das gerne. Posten. Unten. In die Kanal. Ähm. Kommentar. Jo. Ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.